Hey AshenWans, ich bereite gerade einen neuen Stream vor und ich habe mir gedacht, ich nehme mir jetzt mal einen Charakter vor, der das Hauptspiel schon abgeschlossen hat und der vor dem New Game Plus steht. Und wer jetzt von euch Lust hat, sich bei diesem Spieldurchgang beschwören zu lassen, der macht doch einfach mit. Ich werde am Donnerstag, dem 14. Mai, so gegen 20 Uhr anfangen zu streamen. Und wenn ihr da Zeit habt, dann kommt doch gerne mal vorbei. Ich werde dann beim Stream das Passwort nochmal nennen, mit dem ihr euch dann da am besten anmeldet, damit ich weiß, dass ihr hier bei diesem Zuschauer-Run auch mitmachen wollt. Und ich habe mir dazu jetzt mal hier meine Spielfigur ausgesucht. Die ist jetzt so circa Level 150, natürlich für Romant, wie könnte es anders sein. Und wenn ihr da sowas in der Gegend auch habt, also zwischen 120 und 170, muss ja nicht so genau stimmen, dann könnt ihr mit dem Charakter gerne mitmachen. Schreibt mir jetzt bloß noch in die Kommentare oder stimmt hier mit dem Button ab, ob ich lieber vom PC aus oder von der PS4 aus streamen soll, also was ihr da an Systemen habt. Ich habe auf beiden Systemen einen Charakter mit ungefähr dem gleichen Skill, also es müsste dann schon so ungefähr passen. Aber ich würde eben dann die Plattform aussuchen, bei denen die meisten Lust und Zeit haben, einfach mitzuspielen. Dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ein paar von euch dabei sind und wir diesen Stream gemeinsam machen können. Und da bleibt mir jetzt nichts mehr anderes übrig, als euch noch eine gute Zeit bis Donnerstag zu wünschen. Und ich würde mich über jeden freuen, der hier mitmacht. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!